so hallo freunde in dem video wollte ich mal kurz zeigen wie der cd6000 funktioniert und das ist das video zu der egan aktion und ja das ist jetzt für die die das gerät noch nicht kennen die vielleicht aus bildern nicht unbedingt schlau werden wollte ich mal kurz zeigen demonstrieren wie das gerät funktioniert und zwar habe ich jetzt die empfindlichkeit die kann man hier hinten verstellen das ist die empfindlichkeit die ich jetzt fürs kakaschießen nehmen würde die habe ich jetzt mal eingestellt und da reagiert ja auch auf klatschen so ich habe jetzt auf f eingestellt dann zählt er jetzt von drei auf null runter und dann werden wir mal klatschen und schauen wie das gerät läuft und zwar machen wir das jetzt und jetzt wenn man auf die review taste drückt kann man sich dann die einzelnen ergebnisse anschauen also dann erste schuss war nach einer sekunde und 16 millisekunden hier ist die splitzeit zum nächsten schuss also eigentlich ein sehr praktisches einfaches gerät ohne viel schnickschnack tut was er tun soll ja ich brauche jetzt momentan nicht mehr es liegt eigentlich bei mir im schrank herum und dafür ist es zu schade deshalb gebe ich jetzt mal weiter ja dann würde ich sagen bietet mal schön drauf und bei fragen bitte per mail melden danke